Zierenberg ist eine Kleinstadt im Landkreis Kassel in Nordhessen. Die Stadt ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Geografie Zierenberg liegt im Habichtswelder Bergland im Naturpark Habichtswald. In diesem Bergland befindet sich die Kernstadt auf etwa 242 bis 345 Meter Ü. NHN im Zierenberger Grund dem von der Warme durchflossenen Talabschnitt zwischen Hohem Dürnberg im Südosten und Großem Bärenberg im Südwesten. Nordwestlich schließt sich auch als Teil des Berglandes der Malzburger Wald an. Zierenberg grenzt im Norden an die Gemeinde Bräuner, im Osten an die Gemeinden Kaldenanertal und Habichtswald, sowie im Südwesten und Westen an die Stadt Wolfhagen. Wenige Kilometer süd-südwestlich der Kernstadt liegt eine durch einen Ausläufer der Gemeinde Habichtswald vom Hauptteil des Zierenberger Gebiets. Getrennte Stadtgebiet Exklave mit den Stadtteilen Burg Hasungen und Oelshausen. Dieses Gebiet ist im Nordosten und Osten von der Gemeinde Habichtswald, im Süden von der Gemeinde Schauenburg und im Westen und Nordwesten von der Stadt Wolfhagen umgeben. Zur Stadt gehören neben der Kernstadt Zierenberg die Stadtteile Burg Hasungen, Escheberg, Hohenborn, Laa, Oberelsungen und Oelshausen. Zudem gehören der Weiler Friedrichsauer sowie die nebeneinanderliegenden Weiler Heil Erbach und Friedrichstein zu Zierenberg. Einwohnerzahlen am 15. November 2011 Geschichte Zierenberg wurde im späten 13. Jahrhundert gegründet und diente dem hessischen Landgrafen Heinrich I. zur Sicherung seiner Herrschaft im oberen Warmetall. 1293 wurde mit dem Bau der Kirche begonnen, 1298 erhielt Zierenberg Stadtrechte verliehen. Das von Heinrich Brandt um 1450 errichtete Rathaus ist das älteste gotische Fachwerk Rathaus in Hessen. Das Schloss Escheberg wird seit seinem Bau um 1530 von der Familie von der Malzburg bewohnt. Zierenberg war Verwaltungssitz des Landgräflich-Hessischen Amts Zierenberg und während der Zeit des Napoleonischen Königreichs Westfalen des Kantons Zierenberg. Am 1. Dezember 1970 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Laar eingegliedert. Am 31. Dezember 1970 schlossen sich Escheberg und Hohenbaum der Stadt Zierenberg an. Urkasungen, Oberelsungen und Oelshausen folgten am 1. Februar 1971. Politik Die Kommunalwahl am 6. März 2016 lieferte folgendes Ergebnis. Bürgermeister Der Bürgermeister Jürgen Pfütze wurde in der Stichwahl am 10. Oktober 2002 mit einem Stimmenanteil von 58,6% zum dritten Mal wiedergewählt. Am 14. September 2008 wurde Stefan denn mit 50,9% im ersten Wahlgang gewählt. Er löste Jürgen Pfütze am 1. Januar 2009 ab. Bürgermeister mit Amtszeit Der von der Stadt verordneten Versammlung am 2. Mai 2011 für die Legislaturperiode 2011 zu 2016 gewählte Magistrat setzt sich wie folgt zusammen. Bürgermeister Stefan Dahn, Erster Stadtrat, Gerd Appel, Stadträte Güterfett, Stefan Borger, Richard Leck, Klaus Peter, Rolf Balkheim, Heinrich Gerhard, Jürgen Beer und Ulrich Wrimann. Die Stadt Zierenberg unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu Darm Villas in der Nähe von Fadon in Frankreich, Gattatiko in der Poebene zwischen Regio Nellemilia und Parma in Italien und Ichtershausen in Thüringen. Sehenswertes Zu den Sehenswürdigkeiten von Zierenberg gehören Stadtkirche Zierenberg Baubeginn 1293 mit mittelalterlichen Kalksekko-Malereien aus dem 14. und 15. Jahrhundert Rathaus in Zierenberg 1450 errichtet ältestes gotisches Fachwerk Rathaus in Hessen Burgstall Blumenstein am Hohen Dörnberg Burgruine Falkenberg auf dem Falkenberg Burgruine Gutenberg auf dem Großen Gutenberg Burgruine Gutenberg auf dem Kleinen Gutenberg Burgruine Malzburg auf dem Malzberg Burgruine Schattenberg auf dem Schattenberg Großer Bärenberg etwa südöstlich von Zierenberg Hohen Dörnberg etwa südwestlich von Zierenberg Kloster Hasungen beim Stadtteil Burg Hasungen Schloss Escheberg im Stadtteil Escheberg Gut und Schloss La im Stadtteil La Alte Mühle La mit Mühlenmuseum im Stadtteil La Schreckenbergturm auf dem Großen Schreckenberg Persönlichkeiten Heiliger Heimer Ratpriester und Wanderprediger Karl Heinrich Hühnersdorf deutscher liberaler Kommunalpolitiker Ernst Friedrich Georg Otto von der Malzburg Schriftsteller, Dichter und Gesandter Gestorben auf Schloss Escheberg Hans von der Malzburg Vize Marschall der Althessischen Ritterschaft Mitglied des Provinzialandtages und des Preußischen Herrenhauses Verkehr Zierenberg liegt an der Bahnstrecke Volkmausen-Welmer-Oberwelmer mit dem jeweils nahen Zierenberger Tunnel und dem Warmental-Viadukt Die Bahnstrecke ist Teil des Netzes der nordhessischen Regio Tram-Kassel die seit dem 10. Dezember 2006 zwischen Wolfhagen und Kassel verkehrt und hat etwa halbstündige Tagzeiten Des Weiteren verläuft durch die Zierenberger Gemarkung die Bundesautobahn 44 die über die Anschlussstelle Zierenberg an der Bundesstraße 251 beim Stadtteil Burghasungen zu erreichen ist Das ist die Zierenberger Gemarkung die Bundesstraße 251 beim Stadtteil Burghasen-Welmer-Oberwelmer-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Mod